So und damit willkommen zu einem etwas anderen Video, was man von mir eigentlich weniger gewohnt ist. Ich kategoriere es mal in dem Bereich Let's Talk ein. Das Ding ist schlicht und ergreifend, ich hatte die letzten Tage, ich würde sogar schon fast sagen die letzten zwei Wochen, das Problem. Rendern bei Camtasia, wunderbar, bis 100% ganz normale Geschwindigkeit wie ich es gewohnt bin durch. Und bei 100% hat er sich festgehangen und er hat auch stundenlang nichts gemacht. Hätte ja sein können, dass da irgendwo so ein Mini-Fehler existiert, dass ich den einfach nur ein bisschen blubbern lassen muss. Hat auch nicht geholfen. Okay, damit war mir klar, ich habe definitiv ein Problem. Dann habe ich das Internet durchforstet, habe auch verschiedene Videos gefunden, verschiedene Foren durchwühlt. Videoantwort Nummer 1. Hier in eurer Leiste habt ihr irgendein Projekt. Mal gucken, ob ich schnell was finde, was ich reinpacke. Ja komm, nehme ich das Projekt, was ich als Test genommen hatte. Blub, blub. Ey, will er jetzt nicht. Soll er aber. Jetzt seht ihr hier das Fenster. Und in diesem Format hier, STRG, ALT und L gleichzeitig drücken. Dann kann es sein, dass ihr irgendwo so einen roten Punkt habt. Das heißt, dieser eine Frame ist defekt. Den löscht ihr einfach raus. So, markieren. Dann mache ich immer die paar Sekunden, die ich tot habe. Und schneide es aus. Einen roten Punkt haben wir bei der Aufnahme nicht. Ich drücke einmal die Tasten hier, STRG, ALT und L. Und ihr seht, es tut sich nichts. Wir gehen einmal die Timeline durch. Aber wenn ihr einen roten Punkt habt, wisst ihr, okay, an dieser Stelle ist ein kaputter Frame und deswegen rendert das Video nicht. Hatte ich tatsächlich bei einem Video und dachte mir so, hey geil, wenn das jetzt die Lösung ist, dann gehe ich diesen Lösungsschritt einfach bei jedem Video sicherheitshalber durch. Aber das war tatsächlich nur das eine Video. Und ab dem zweiten Video, was ich dann abgedreht hatte, hatte ich dasselbe Problem wieder, aber dieses Mal keinen roten Punkt. Also weiter auf Federsuche gegangen und kam dann auf den Ansatz, ja, probier es mal mit Reparieren. Die normalen Bordmittel von Chemtasia haben aber kein Reparieren. Das heißt, einmal auf Chemtasia die Installationsdatei gehen, wenn ihr sie nicht gelöscht habt, ansonsten müsst ihr euch das wiederholen. Startet sie, währenddem Chemtasia aus ist, deswegen kann ich es euch jetzt leider nicht vorführen. Und dann steht da Reparieren. Habe ich ausgeführt. Dann wie der Projekt, wie jetzt hier mit dem Vorgestellten, mal eben kurz reinziehen, ausprobieren. Getestet. Hat nicht funktioniert. Ergo weiter Fehler suche. Dann hieß es, ja, das kann auch an dem RAM liegen, dass da irgendwie ein kleiner Bereich Defekt ist, der von Chemtasia immer an den Tag gesagt wird. Und im normalen Betrieb, dass der gar keinen, also dass man das gar nicht merkt im normalen PC-Betrieb. Halt nur bei Chemtasia. Soll ein seltener Fall sein, aber er soll existieren. Ergo, memtest86 durchgezogen, extra Programm, hat keine Fehler gefunden. Gut, Windows hat Bordmittel, das kann ich euch in dem Video tatsächlich zeigen, so halbwegs. Dann geht hier unten auf die Lupe, bei Windows 10, bei Windows 11 weiß ich es nicht, wo da das ist und dann gebt ihr da unten einfach nur Mem für Memory. Dann haben wir hier die Windows Speicher Diagnose. Neu starten und nach Problemen suchen. Das lasst ihr einfach durchlaufen. Ihr könnt auch, wenn ihr das blaue Bild euch dann anguckt, kann ich jetzt nicht aufnehmen, weil dafür bräuchte ich einen virtuellen Rechner und für so ein kleines Let's Talk Video. Tut mir leid, ist mir zu viel Aufwand. Aber darüber könnt ihr dann auch nochmal euren Memory testen, ohne dass irgendwie Windows noch ein bisschen RAM frisst, etc. pp. Beim Mem-Test braucht ihr einen bootfähigen USB-Stick, wo ihr das draufpackt und dann eventuell in BIOS einstellen. Hey, bootse bitte vom Stick. Alles nicht ganz so einfach, aber die groben Lösungsansätze, wenn ihr die wisst, könnt ihr leichter danach googeln, um euch dann selber zu helfen. Hat aber auch kein Ergebnis gebracht. Mein RAM, der funktioniert wunderbar, auch wenn es nur 16 GB derzeit sind. Aber er arbeitet. Zu 100% fehlerfrei. Auf der einen Seite beruhigend, auf der anderen Seite, es löst mein Problem immer noch nicht. Okay. Weiter gesucht. Und wirklich stundenlang gesucht. Und kam dann auf eine Lösung von Chemtasia 2011. Oder 2020. Irgendwie ist es auf jeden Fall eine höhere Version. Und da hieß es, ja, gebt doch hier einen Produktionsordner, wo ihr über C, User, Benutzer, Chemtasia, und dann steht da was von wem, Chemtasia. Oder 9 in meinem Fall, oder eure Versionsnummer. Und da die XML-Dateien, nehmt sie einfach raus, packt sie in irgendeinem anderen Ordner zum Sichern, damit der eine Ordner, der normal von Chemtasia angesprochen wird, genullt ist, und startet dann Chemtasia neu und probiert es. Soll bei einigen auch als Lösung geholfen haben. Ihr könnt es euch denken, bei mir hat es natürlich nicht geholfen. Und dann, letztendlich, kam ich auf den Trichter, ach komm, dein Englisch ist zwar bescheiden, hoch 12, aber es hat sich noch nie jemand darüber beschwert, dass man nicht zumindest ansatzweise verstanden hätte, was ich möchte. Ergo Chemtasia Support angeschrieben. Der könnte sich noch nicht mal beschweren, dass das eine gecrackte Version wäre, ist es nicht. Ich habe dafür tatsächlich richtig Schotter damals ausgegeben, für die Version. Das waren auch so fast 200 Euro. Und, ja, sehr, sehr schnell hatte ich dann auch einen Support-Mitarbeiter an der Strippe, beziehungsweise im Live-Chat. Und der sagte mir dann, ja, tut mir leid, dass du solche Probleme damit hast. Frei übersetzt. Jedoch, ist der Support für diese Chemtasia-Version von unserer Seite aus eingestellt? Dann hat er mir als Lösungsansatz gesagt, ja, aber der Community-Support, der ist ja noch gegeben. Dann gehst du bei uns auf die Seite, gehst da in den Forum rein und schreibst da einen eigenen Post. Vielleicht helfen dir die Community-Leute. Und ich habe von diesem Snap-X oder was auch noch so einen Link gekriegt. Aber, hallo, ich habe doch ein Programm. Ich brauche kein zusätzliches Programm. Ein Upgrade von einer höheren Chemtasia-Version. Weil ich einfach Chemtasia gewohnt bin. Ja, das wäre mal sinnvoll. Muss ich nur das nötige Geld zur Seite legen. Kommt noch, aber erstmal mit der Video-Qualität derzeit, denke ich, kann man halbwegs mit zurechtkommen. Auch wenn es besser geht. Ja, dann habe ich so mit einem Heul-Smiley geschrieben, ey, hast du nicht eine Möglichkeit, die du mir jetzt so nennen kannst, auch wenn der Support eingestellt ist, hast du noch irgendeinen Lösungsansatz für mich? Und dann kam der Ansatz, an dem ich eigentlich spätestens an zweiter Stelle hätte denken sollen müssen. Und zwar Chemtasia einmal komplett deinstallieren, auch mit diesen abgespeicherten Zwischengeschichten. Also wirklich komplett auf Null setzen, Chemtasia. Und dann neu installieren. Nach dem Neuinstallieren muss ich wieder den Produktschlüssel eingeben. Okay, komme ich mit klar oder kam ich mit klar. Und man sieht, jetzt funktioniert das. Das war das Rätsel des Lösungs. Aber wie viele Punkte habe ich vorher abgearbeitet? Wie viele Stunden Schweiß und Tränen habe ich da reingesteckt, bis es wieder läuft? Aber jetzt bin ich wieder auf so einem Stand, wo ich mir sage, ja, okay, es läuft. Ich kann wieder vorproduzieren. Well done. Die ganzen Slay's Spire Videos zum Beispiel, die waren schon produziert in der Zeit, wo ich dieses Problem hatte. Und der Witz hoch zwölf kommt, wiedergeben und dann YouTube. Heißt, er rechnet das runter und lädt direkt auf YouTube hoch und er stellt keine richtige Datei auf den Rechner. Das hatte funktioniert. Darüber kamen dann die Slay's Spire Videos. Als andere ist vorproduziert und schon längst hochgeladen. So bis Ende Februar, Mitte März sind einiges an Videos vorher hochgeladen und schon eingestellt, dass es um 16 Uhr hoch online kommt. Aber ja, was soll ich sagen? Problem erkannt, Problemlösungen gefunden und rausgesucht. Ich hoffe, die Problemlösung von eurem Problem ist jetzt in diesem Video auch in der Sprachspur vorhanden. Und wenn dem so sein sollte, schreibt es mir mal bitte in den Kommentaren. Hinterlasst mir, wenn es euch gefallen hat, diese kleine Analyse, wie man eine Fehleranalyse bei Camtasia macht. Dafür könntet ihr mir ein Däumchen überlassen. Wäre ganz toll. Kommentare, da freue ich mich erst recht drüber. Und ja, was soll ich großartig sagen? Ich danke für euer Interesse zu diesem Quatsch-Video. Das musste ich mir jetzt alles von der Seele reden, was ich die letzte Zeit so durchgemacht habe. Heulen auf großem Niveau. Und ja, mal gucken, ob ich in meinen Let's Plays auch weiter rumheule, weil ich irgendwo rumfahle. Man kennt es von mir. Es wird vorkommen, in irgendeiner Art und Weise. Ich danke fürs Zuschauen und bis in irgendeinen meiner anderen Videos. Bis dann. Ciao.